Die Tochter eines führenden russischen Nationalisten ist nach Behördenangaben bei einem Bombenanschlag hier in der Nähe von Moskau getötet worden. Die Politikjournalistin Darya Dugina, Tochter des Ideologen Alexander Dugin, starb am Samstagabend bei der Explosion einer Autobombe, so russische Ermittler. Dugina war eine prominente Verfechterin des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Ihr Vater Dugin wird von einigen Beobachtern als einflussreicher Kopf hinter der Politik Putins gesehen. Das russische Außenministerium nannte die Ukraine als möglichen Drahtzieher der Explosion. Kiew hat das zurückgewiesen.